Tanja Bräutigam Und was im Leben wirklich zählt Und ich glaube, dass es vielen von euch genauso gehen wird Und deshalb freue ich mich riesig, dir eine neue Talk-Sendung in der ZDF-Mediathek vorzustellen, die ich moderiere Die Letzte Bank Da treffe ich Menschen, die etwas wirklich Bewegendes erlebt haben Menschen wie Tanja, die eine Krise durchgestanden haben Aber auch Menschen, die auf ihr Herz hören und ihren Weg gehen In Die Letzte Bank geht es um mehr als um schnelle, oberflächliche Antworten Wir tauchen gemeinsam ein in die Lebensgeschichten beeindruckender Frauen Und stellen die großen Fragen Wie finde ich heraus, was mir wirklich wichtig ist? Was hilft mir, nach Krisen wieder aufzustehen? Und welche Rolle hat Spiritualität in all dem? Die ersten Folgen von Die Letzte Bank sind ab sofort in der ZDF-Mediathek abrufbar Jede Episode dauert nur etwa 15 Minuten und bietet unglaublich viel Mut und Inspiration, das eigene Leben ganz neu zu sehen und mit beiden Händen zu ergreifen Also, such einfach nach Die Letzte Bank in einer Suchmaschine deiner Wahl oder schau direkt in der ZDF-Mediathek oder auf meiner Website melaniewolfers.de vorbei Ich wünsche Dir viel Freude und Inspiration mit den Gesprächen auf der Letzten Bank Worauf kommt es Dir an? Was macht Dich aus? Versuch mal auf diese Fragen zu antworten, ohne dass Du auf Dein Gedächtnis zurückgreifst, auf Deine bisherigen Erfahrungen Du wirst nicht weit kommen Dieses kleine Beispiel zeigt die große Bedeutung unserer Erinnerungen Und als ich darüber nachdachte, habe ich entdeckt Wow, wie sehr mein Blick zurück, meinen Blick nach vorne stärken kann Wir reden über das Erinnern, sich erinnern Und damit willkommen zu Ganz schön mutig Mein Name ist Andreas Brumann und wer ganz schön mutig kennt, der weiß, ich bin alle zwei Wochen mit Melanie verabredet Und wir reden dann über all die Dinge, die das Leben ausmacht, die uns beschäftigen, die uns bekümmern, womöglich auf der Seele liegen und die uns so umtreiben Heute nun, das Erinnern, sich erinnern Wer glaubt, sich erinnern ist ein Abtauchen in die Vergangenheit, das musste ich auch erst lernen, dass das nicht so ist, der wird erstaunt sein, welche Bedeutung das Erinnern in der Gegenwart hat Ja, lasst euch überraschen Hallo Melanie Hallo Andreas Wenn ich daran denke, dass wir praktisch über 80 Episoden ganz schön mutig produziert haben Woran erinnerst du dich sofort, wenn du daran denkst, Mensch, so viel haben wir schon produziert? Also ich erinnere mich ganz intensiv daran, als wir uns überhaupt kennengelernt haben, beschnuppert haben Und per Telefon erstmal so ein bisschen Dinge abgesprochen haben und so geschaut haben, können wir so zusammenkommen Das ist mir total lebendig vor Augen, wenn ich an unseren Podcast denke Und an die Aufregung, die vor allen Dingen am Anfang natürlich bei jeder Folge mit dabei war Und an so manche herausragende, schöne Folgen, für die ich einfach total dankbar bin Ja, ich erinnere mich an unsere erste Produktion, das dürfen wir jetzt verraten Die haben wir dann verworfen und gelöscht und haben gesagt, machen wir nochmal Das war nichts, die Nacht war echt schlaflos, dachte ich, Mensch, und ich kenne den Andreas gar nicht Kann ich dem jetzt sagen, dass ich das echt blöd fand Das war nichts Nee, das war nichts Also wir wollen heute über das Erinnern sprechen und du hast das auch eben schon erwähnt Das Erinnern hat auch was mit der Gegenwart zu tun Aber erst einmal die Frage, du hast das so schön gesagt Versucht mal zurückzugreifen in eurem Gedächtnis auf folgende Fragen Wer bin ich, was macht mich aus und worauf kommt es mir an? Ich habe das selber mal gemacht, probiert, getestet Und ich komme aus lauter kleinen Szenen meines Lebens Ja, also da tut sich wirklich was auf im Sinne von Ja, das habe ich gemacht und darauf kam es mir immer an Also ich war wirklich in der Vergangenheit Es geht gar nicht ohne, oder? Genau Also ich meine, wenn du dich nicht an deine Vergangenheit erinnern könntest Und es gibt ja manche, was weiß ich, einen Unfall oder so Oder auch Literatur, wo das so beschrieben wird Ein Mensch ohne Gedächtnis Der fühlt sich ja irgendwie fremd und obdachlos im eigenen Leben Und irgendwie orientierungslos Und wenn wir erzählen genau, was du sagst Ja, worauf kommst du mir an? Was ist mir wichtig? Deine Vergangenheit sagt dir das Deine Vergangenheit verrät dir Was hat dich erfüllt, wo hast du dich überfordert Was hat dich beflügelt, was hat dich runtergezogen Was hat dir Halt gegeben Also unsere Vergangenheit Oder das, was wir erinnern und wie wir uns erinnern Formt unsere Persönlichkeit, prägt unsere Identität Aber das heißt doch Ich spiegel mich sozusagen in meiner Vergangenheit Kann man das so sagen? Das ist jetzt eine interessante Frage Weil Spiegel Ein Spiegel ist Da taucht in mir sofort das Bild auf Naja, da wird das so ungefähr Also es sei denn, das ist ein sehr eingetrübter Spiegel Oder irgendwas, aber grundsätzlich gibt es Wenn es da Seiten verkehrt Aber eins zu eins wieder Und eigentlich so sind unsere Erinnerungen nicht Also, aber ich glaube Vielleicht meinst du was anderes Ja, ich wollte darauf hinaus Ich habe Spiegeln benutzt, weil ich darauf hinaus wollte Wenn du das so beschreibst Heißt doch, dass wir verändern uns nicht Wir erinnern uns So war ich, das habe ich gemacht Und eventuell mache ich dann das so weiter Also wir haben so einen Grundstock An Fundament Wo man sagen kann Das ist so, daran erinnere ich mich Und jetzt kommt der Satz Und das bleibt auch so? Nein, das ist falsch Entschuldigung Ja, nee, nee, nee Ich will das ja wissen Ja, nee, nee Das ist jetzt nicht so Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe Da sagst du ja Wenn wir sozusagen die Antwort in der Vergangenheit suchen Was mich ausmacht Dann sind wir irgendwie ein für alle Mal festgelegt Und wir verändern uns nicht Und das ist ja nicht der Fall Sondern also zum Beispiel Ich meine, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen Du hattest ja einen Herzinfarkt Und ich denke, heute schaust du in die Vergangenheit anders rein Als vor deinem Herzinfarkt Du hast gesagt, es gibt ein Vor und ein Danach Das heißt, die Gegenwart hat einen Einfluss darauf Deine konkrete Situation ist der entscheidende Schuhlöffel sozusagen Der Erinnerungen ans Licht des Bewusstseins holt und auch prägt Jetzt verstehe ich das Das heißt, unser biografisches Gedächtnis, was wir haben, wirkt sich auf die Gegenwart aus Und umgekehrt Die Gegenwart Also ich finde das ja sehr interessant Wir haben Und ich sehe das auch sehr kritisch Wir Menschen sprechen immer mehr von uns So in der Computermetapher In der technischen Metapher Der Gehirn wird als Computer begriffen Und ich speichere Erinnerungen Oh, gestern war meine Festplatte echt voll Ich habe mir am Abend nichts mehr merken können So als ob unser Gedächtnis Oder unser Gehirn ein Computer ist In dem Informationen abgelegt werden Aber das ist So ist es nicht Sondern wir entwerfen Erinnerungen Wir konstruieren vergangene Erinnerungen Im Licht einer gegenwärtigen Situation Also was meine ich damit Wenn du zum Beispiel Irgendwie melancholisch bist So wie du sagst so gerne Oder sagst, ich finde so einen schönen Ausdruck Wenn die Wolken tief hängen Dann erinnert man sich irgendwie spontan Schneller an dunkle Phasen im eigenen Leben Und vermutlich wirst du helle, schöne Episoden Eher ein Stückchen melancholisch Schwermütig eintrüben Und umgekehrt, wenn du gut drauf bist Fallen dir schöne Erinnerungen leichter ein Und siehst das, was du durchgemacht hast Mit einer größeren Leichtigkeit Das heißt, wir schauen auf unsere Vergangenheit Immer im Licht unserer Gegenwart Nun habe ich mich in der Vorbereitung Dieses Podcast erwischt dabei Dass es andererseits Erinnerungen gibt Da will ich mich dran erinnern Ja, also das ist ein Vorsatz Und dann gibt es Erinnerungen Die blitzen plötzlich so auf Da stellt sich die Frage Wie werden Erinnerungen eigentlich ausgelöst? Also wann kommen sie uns in den Kopf? Das eine ist genau Was du gerade schon gesagt hast Also der Bewusste versucht sich an irgendwas zu erinnern Und dann kramt man in seinem Hirn Und findet hoffentlich die richtige Schublade Oder auch nicht Oder auch nicht, genau Das ist natürlich der eine Punkt Und ein anderer ist Genau was du sagst Es blitzt auf Und da wird nochmal deutlich Die Gegenwart löst eine Erinnerung aus Also zum Beispiel Ich weiß, wie ich vor einiger Zeit In meinem Konzert war Und dann hatte irgendjemand In meiner Nähe ein Parfum Das mich an einen Menschen erinnerte Den ich total liebe Und dann ist Aber eigentlich habe ich jetzt gedacht Ich höre dem Konzert so Und jetzt denke ich nicht über diese Person nach Aber dieser Duft Erinnerte mich an diese Person Oder Was weiß ich Wenn es einen nervigen Nachbarn gibt Und der mal wieder irgendwie Dich kritisch anschaut Und dann kann sein, dass Du dir dann auf einmal Wie so eine Kaskade Die in Erinnerung fallen Was es alles schon für doofe Situationen mit ihm gab Also die konkrete Situation Dass er im Aufzug dich kritisch anschaut Weckt dir die Erinnerung An drei, vier Konflikte Die du hattest Das heißt Die Gegenwart wird zum Auslöser Von Erinnerungen Weil die Erinnerungen Dir etwas sagen wollen Melanie, ich mache jetzt Einen kleinen Test mit dir Ich rufe dir ein Wort zu Und du erzählst uns Deine spontanen Erinnerungen Hängt vom Wort ab Ob ich das tue Was du da jetzt sagst Das Wort liegt dir Und es ist auch etwas Was du magst Das Wort heißt Querflöte Oh, in der Tat Ja Also die erste Genau Meine große Freudige Reaktion Ist, dass ich wieder Querflöte spiele Seit anderthalb Jahren Genau Das ist eigentlich Dass ich Querflöte liebe Dass das mein Ding ist Und ich musste es ja Mit 17 Jahren aufhören Ich wollte Querflöte studieren Musste es aufhören Weil ich einen Unfall hatte Und habe jetzt Mit Anfang 50 Wieder angefangen Und es ist meine erste Liebe Und also Querflöte Da wird sofort hell In meinem Herzen Und große Dankbarkeit Und ich bin in meinem Element Und Bilder der Vergangenheit Tauchen die auf? Ja, das ist jetzt sofort die Freude Also das Primäre Das hat man ja auch An meiner spontanen Reaktion Das Primäre ist die Freude Weil ich spüre Querflöte ist mein Ding Und das sind natürlich Vergangene Erfahrungen Weil jetzt spiele ich ja gerade Keine Querflöte Jetzt reden wir miteinander Aber sofort ist dieses Gefühl da Der Freude Ich bin erfüllt Ich bin in meinem Ding Und irgendwie mein ganzer Körper kommt zum Klingeln Ich habe gelesen Und es trifft auf mich auch zu Dass wir Ereignisse Die wir zwischen Na ich sage mal Pubertät und 30 erleben Die sind gut verankert im Gedächtnis Daran erinnert man sich gerne Geht dir das auch so? Ja Ja? Woran erinnerst du dich Wenn du diese Zeit mal aufrufst? Ja, zum Beispiel an die Querflöte Zum Beispiel Dass ich lebend gerne geritten bin Also ich erinnere mich sehr stark An positive Erinnerungen Aber auch Ich bin das fünfte Kind Und als ich so Ich weiß gar nicht wie alt ich war Da ging mein letzter Bruder Sozusagen aus dem Haus Auch der Schmerz Dass ich jetzt dann auf einmal Irgendwie gefühlt Einzelkind war Weil meine vier Geschwister In Deutschland verteilt waren Aber niemand mehr zu Hause Das sind so Erinnerungen Und bei dir? Ich erinnere mich An meinen ersten Kurs Ah ja, genau Aber der war auf dem Friedhof Oh, ungewöhnlich Ja, das ist nicht tragisch Weil wir haben damals Klassenfeste gefeiert Und neben dem Gymnasium War ein Friedhof Und wenn man mit dem Mädchen Alleine sein wollte Dann ging man halt Über den Friedhof Und da ist es dann passiert Interessant finde ich daran Dass die Bilder Sehr konkret da sind Also dass sich die Wirklich eingebrannt haben Hast du eine Erklärung? Die Erlebnisse Ja Also beim Kuss Ist es sicherlich Weil es der erste war Und es ist Ja Es gibt viele erste Male Das Ausziehen von zu Hause Die erste kleine Wohnung Das erste Auto Also alles was erstmalig Im Leben bei mir passiert ist Das erinnere ich ziemlich gut Ja Und das glaube ich Also das glaube ich auch Und das ist auch eine der Erklärungen Warum Menschen sich vor allem An die Zeit so zwischen 10 und 25 Am meisten erinnern Weil eben das mit vielen ersten Malen Einherging so Pioniererfahrungen Und wichtige Weichenstellungen Also für mich ist so ein Bild Das sind so wie Inseln Die aus dem Meer der Vergangenheit Deutlich herausragen Also so Ja Schade ist nur Dass das irgendwie mit 30 Und dann mit dem Älterwerden Nicht mehr so ist Sondern da Müsste ich schon mehr Mich konkreter erinnern Oder es kommt mir nicht so einfach Ins Gedächtnis Ja Es hat irgendwie eine andere Wertigkeit Wenn man älter wird Ja Interessant finde ich Ich bin ja auch in dem Alter Wo ich mit in Anführungsstrichen Älteren Menschen zusammenkomme Und das finde ich manchmal erschreckend Dass ältere Menschen dazu neigen In Erinnerungen zu leben Also sie rufen sich alle Erinnerungen auf Und sagen Ja so war das Das erinnere ich noch Sie vergessen ein bisschen die Gegenwart So erlebst du das? Ja Also die Gegenwart ist Sich erinnern Oder zurückzublicken Und Da taucht dann die Frage für mich auf Wenn wir uns erinnern Ja bleiben wir dann In der Vergangenheit Und gucken nicht mehr nach vorne Das würde ich jetzt dann eher so Als nostalgisches Schwelgen beschreiben Und das gibt es natürlich so So auf die guten alten Zeiten Zurückzuschauen Ja früher Da war die Jugend irgendwie noch freundlicher Und Die Bürgersteige waren auch aufgeräumt Und weißt du noch Wie wir das gemacht haben Genau Ja aber das muss nicht unbedingt Also es gibt Also genau Also es gibt so ein nostalgisches Schwelgen So ein rückwärtsgewandtes Baden In Erinnerungen Also in schönen Punkten Und das Das kann natürlich Blind machen Für den Augenblick Wenn ich so nostalgisch Auf das frühere Glück schaue Und dann auch Ja das war einmal Und das ist jetzt nicht mehr Also das heißt Ich schaue auf das jetzt Immer unter dem Negativvorzeichen Dass die früheren Zeit besser war Und sie ist vergangen Und dadurch schneide ich mich natürlich Von der Gegenwart ab Und von dem Dass es hier und jetzt Auch etwas gibt Zugleich Und ich finde das ist jetzt Ja den entscheidenden Punkt Dass wir darüber sprechen Kann das zurückschauen Und ich denke gerade auch im Alter Wo du natürlich Einen ganz anders großen Schatz An Erinnerungen und Erfahrungen hast Zugleich kann grundsätzlich Das sich erinnern Eine unglaubliche Quelle von Kraft Von Freude Von Lebendigkeit sein Es ist immer die Frage Ob es zu einem nostalgischen Schwelgen wird Oder Ob ich das erinnerte Sozusagen ins gegenwärtige Leben hole Also vielleicht um das jetzt Gerade noch an einem Punkt zu sagen Ich habe meine Mutter jüngst besucht Und sie ist schon recht alt Und dann hat sie so darüber gesprochen Wie sie das vierte Kind Bekommen hat in Afrika Weil meine Eltern Für ein paar Jahre in Afrika gelebt haben Und wie sie davon erzählte Dann strahlten ihre Augen Und dann war die Freude Von damals in ihr jetzt lebendig Das war also nicht Ein nostalgisches Schwelgen Sondern das hat ihren Augenblick Jetzt hell und schön gemacht Man kann sich ja auch erinnern An Dinge, die man erlebt hat Die nicht so schön waren Ja Und wenn die ins Gedächtnis kommen Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten Entweder sie machen mich nach wie vor traurig Oder ja Oder aber ich erinnere mich Das habe ich geschafft Genau Das ist eigentlich eine schöne Erinnerung Wenn man sich überlegt Da ging es mir so schlecht Aber ich habe es geschafft Ich bin da durchgegangen Richtig Das heißt Erinnerungen können auch dazu dienen In der Gegenwart Mir Kraft zu geben Ich muss gerade noch an die Querflöte denken Denn du warst plötzlich eine ganz andere Als du von der Querflöte gesperrt hast Also da gibt es ja irgendeinen Impuls Der uns Kraft gibt Oder der uns euphorisch werden lässt Ja, ja, ja Ich möchte da mal Also du hast total recht Und ich möchte von einem echt Ein bisschen makaberen Tierexperiment erzählen Das aber irre ist, finde ich Und zwar habe ich das gelesen Als ich damals mein Buch Über die Kraft der Zuversicht geschrieben habe Und zwar ein Psychologe Der heißt Kurt Richter Der hat in den 60er Jahren Ein Experiment gemacht Dass er Ratten in ein Wasserbecken geworfen hat Aus dem sie nicht entkommen konnten Weil der Rand so hoch war Und ein Teil der Ratten War gezähmt Das heißt an Menschen gewöhnt Und die paddelten 40 bis 60 Stunden Ohne Unterlass im Wasser Bis sie dann irgendwann untergingen Und dann gab es wilde Ratten Die paddelten etwa 15 Minuten Dann sanken sie zu Boden Und ersoffen Und das hat den Kurt Richter Total gewundert Und hat die Versuchsanordnung verändert Und machte dann Hat dann einige dieser wilden Ratten Die da fast am Ertrinken waren Aus dem Wasserbecken geholt Ein bisschen verschnaufen lassen Und dann wieder ins Wasserbecken geworfen Und dann war die interessante Erfahrung Dass dann diese Ratten auch 40 bis 60 Stunden lang Durchgehalten haben Zu paddeln Bis sie ertrunken sind Das ist natürlich ein makaberes Experiment Was heute nicht mehr erlaubt werden würde Aber die spannende Frage Fand ich, als ich das gelesen habe Wie erklärt sich das Als der Kurt Richter oder die Forschung Und die sagen Dieses Experiment zeigt Wie die gemachte Erfahrung Irgendwie aus gerettet worden zu sein Welche Motivation dadurch freigesetzt wird Und welche Kraft durchzuhalten Sozusagen ein Beispiel jetzt Wirklich aus der Verhaltensforschung Wie eben bei diesen Ratten Die Erinnerung An das gerettet sein Durchhaltekraft gibt Motivation freisetzt Und auch Hoffnung Und auch Hoffnung Da wird mich jemand retten Ja Wir sollten nochmal kurz die Brücke bauen Weil du eben von der Zuversicht Und von deinem Buch Zuversicht gesprochen hast Wo ist die Brücke zwischen Sich erinnern Erinnerung und Zuversicht Ja Ich möchte das Dieser Satz ist mir sehr wichtig Ich möchte das so in diesem Satz sagen Der es sehr prägnant finde ich Auf den Punkt bringt Dann erläutere ich ihn Hoffen Ist erinnern in die Zukunft hinein Was meine ich damit Also Wenn ich zurückschaue Auf eine schwere Zeit Durch die ich Hindurchgegangen bin Und wo ich irgendwie aus dem Tunnel Am Ende rausgekommen bin Und jetzt wieder Ins Leben gekrabbelt bin Dann stärkt das in dreifacher Hinsicht Vertrauen und Zuversicht Also erstens Die Einsicht Mensch ich bin mit dieser Schweren Geschichte Irgendwie ganz gut klar gekommen Das vertieft mein Vertrauen In mich selbst Und in meine Fähigkeit Auch mit gegenwärtigen Herausforderungen umzugehen Und ich erinnere mich Vielleicht auch an Erfahrene Hilfe Oder daran Dass ich gemeinsam mit anderen Probleme bewältigt habe Und all das stärkt Mein Vertrauen in mich In andere Und in das Leben Dass ich irgendwie Damit auch heute Klarkommen werde Wenn ich vor einer Hürde stehe Das ist der erste Punkt Der zweite Punkt Wenn ich mich an Bewältigte Krisen erinnere Dann kommen mir auch Problemlösungen in Erinnerung Und Kräfte Die ich damals hatte Um das eben zu bestehen Und das hilft mir wiederum auch Um die gegenwärtige Herausforderung zu bestehen Ich kann auf Bewährtes Zurückgreifen Auf gute Lösungsstrategien Und kann Schlüsse für die Zukunft ziehen Das heißt Ich bekomme irgendwie Ein Instrumentarium an die Hand Und entdecke Handlungsspielräume Und der dritte Punkt Warum Erinnerung an bewältigte Krisen Zuversicht freisetzt Hoffnung und damit auch Durchhaltekraft Ich wechsel die Perspektive Also anstatt dass ich nur Auf mein Problem starre So dieser Blick Auf den eigenen Bauchnabel Und dann wachsen Und wuchern die eigenen Probleme Anstatt dass ich nur Darauf starre Weitet sich mein Blick Weil ich eben mich An Krisen erinnere Wo ich was geschafft habe Und das heißt Ich kultiviere den Sinn Für Alternativen Anstatt dass ich jetzt einfach Nur hilflos Dieser Situation Ausgeliefert bin Und das begrenzt mein Gefühl Der Ohnmacht Ich spüre wieder Auch eine Fähigkeit Selbstwirksam zu sein Etwas zu bewegen Ich vergewissere mich Meiner Lebenskraft Und das sind die drei Punkte Warum Erinnerungen An bewältigte Krisen Zuversicht freisetzen Von daher Hoffen Ist Erinnern In die Zukunft hinein Bewältigte Krisen Darüber hast du gesprochen Machst du oder tust du das auch Melanie Dass du dich an etwas erinnerst Worüber du dich sehr gefreut hast Was für dich großartig war Und was bewirkt das dann Wenn du dich daran erinnerst Ja das ist jetzt ja noch mal Ein anderer Punkt Wenn ich mich an gute Erfahrungen erinnere An was Schönes Ja Genau Das ist jetzt Also das eine ist eben so Dieser Punkt Sich an Ich würde gerne noch Bei dem anderen Punkt Also ganz kurz noch was dazu sagen Also ich frage mich selber Oder auch wenn ich in der Beratung Tätig bin Oder auch in Kursen Frage ich gerne immer mal wieder Sag mal schau doch mal Worin bestanden eigentlich Die großen Krisen Deines Lebens Wie bist du mit ihnen umgegangen Was hat dir geholfen Was würdest du heute nicht mehr so machen Also weil natürlich die Krisen Ein unglaublicher Erfahrungsschatz sind Um hier und heute Mit Herausforderungen gut umzugehen So das war jetzt noch nicht die Antwort Auf deine Frage Aber das war mir jetzt noch mal wichtig Gut dass du das noch mal zusammengefasst hast Meine Frage war Ob du dich Speziell du dich Oder ob da was dran ist Dass man sagen kann Man erinnert sich an etwas Was einem sehr viel Freude gemacht hat Was einem ja Euphorisch hat werden lassen Und daran erinnere ich mich Und bewirkt das auch auf die Gegenwart Werde ich dann auch euphorisch Freudig Zuversichtlicher Also ich denke Es gibt ja beides Die Erinnerung an Schwierigkeiten Und die Erinnerung an schöne Dinge Und bei mir kenne ich auch beides Und das hat natürlich Eine große Auswirkung Auf die Gegenwart Denn wenn ich mich bewusst Meine Aufmerksamkeit richte Auf schöne und stärkende Erinnerungen Dann gibt das meiner jetzigen Konkreten Situation Dem Augenblick Eine neue Lebendigkeit Mehr Farbe Ja genau Ich kann dazu sagen Dass als ich krank war Und noch im Bett lag Kommen so Bilder auf Oder kamen so Nein die kamen nicht auf Die habe ich mir geholt Das muss ich Nein die habe ich mir geholt Ja Von Natur Strand Meer Also Orten Die mich irgendwie begeistern Wo ich weiß Da komme ich zur Ruhe Und das hat schon auch Eine positive Wirkung Auch wenn man krank im Bett liegt Das ist schon erstaunlich Weil es einem so ein Gefühl gibt Das kommt irgendwann wieder Ja Irgendwann werde ich da wieder sein Und das hat schon was stärkendes gehabt Sich da in dem Sinne zu erinnern Also dieses sich in den Sich die Erinnerung holen Wo es einem In dem Fall mir Gut ging Wo ich Ja wo es mir richtig gut ging Und wenn man sich diese Erinnerung holt Dann geht dieses Dieses Wohlgefühl geht wirklich über In die Gegenwart Genau Man schwärmt dann davon Und ja Genau Also das sind ja auch so diese Weißt du noch Gespräche Was weiß ich Ich weiß nicht Ob du manchmal mit deiner Frau drüber sprichst Weißt du noch Als wir uns das erste Mal gesehen haben Keine Ahnung Was du dann da erzählst Wie es zwischen uns gefunkt hat Oder wie auch immer Und indem du darüber nachdenkst Dich erinnerst Und dir miteinander drüber sprechen Wird vielleicht das Bauch kribbeln Die Faszination der ersten Begegnung Wird jetzt in dir lebendig Also die Erinnerung weckt die Gefühle Hier und jetzt Wenn du dich an freudige Situationen erinnerst In sie eintauchst Werden sie im Hier und Jetzt lebendig Dann spürst du jetzt Wie sich das damals angefühlt hat Und deswegen Und das scheint mir auch so wichtig Oft erinnern Wenn man fragt Mensch erzähl doch mal was Oder wenn man sagt So was war denn das vergangene Wie war denn das vergangene Jahr Wenn man das einem Freund erzählt Oder aufs Leben zurückschaut Viele Menschen erzählen ihre Lebensgeschichte Aus der Perspektive Was das Leben ihnen zugemutet Oder vorenthalten hat Also zugemutet so ähnlich Also zum einen Wenn man eben sagt Mensch und das war damals schwierig Und da bin ich durchgegangen Dann ist das schon sozusagen Ein guter Ausgang Den man erzählt Aber man schaut doch Mit dem Fokus auf die Schwierigkeit Oder andere sehen sich vielleicht Eh als ganz vom Leben betrogen Was weiß ich Meine Lebensgeschichte ist irgendwie Eine fortlaufende Kränkung Durch andere Menschen Und von daher kann man auch Hier und jetzt nichts Im guten Licht sehen Also viele betrachten ihr Leben Unter der Perspektive Von Schwierigkeiten Und sei es eben Mit einem erleichterten Aufatmen Und Gott sei Dank Das ist vorbei Oder eben mit einer Depression Oder wie auch immer Freude in mir geweckt Wenn du das so sagst Ja weil da haben wir schon mehrfach Darüber gesprochen Mag passieren Also zum einen erinnere ich mich an frohe Momente, fühle ich mich jetzt froh, darüber haben wir gesprochen. Dann das Zweite, wenn du dich daran erinnerst, was dich froh gemacht hat im vergangenen Jahr oder in deiner Kindheit oder wann auch immer, deine Geschichte sagt dir, deine Lebenserfahrung sagt dir, was dich belebt, was dich inspiriert. Und das heißt, du kannst daraus auch eine Anregung ziehen und zu sagen, okay, dann suche ich auch jetzt diese Quelle aktiv auf, um, was weiß ich, wenn du weißt, dir tut es gut, an der Ostsee entlang zu gehen, das sagst du ja das häufigeren. Und diese Erfahrung sagt dir, Mensch, ich bin nicht gut drauf, ich glaube, ich gehe jetzt mal und mache einen Spaziergang am Timmdorfer Strand. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, der mir auch ganz wichtig ist, die Erinnerungen an gute Erfahrungen inspiriert dich auch in deinem Blick in die Zukunft. Denn wenn du aus der Erinnerung weißt, was dir wichtig ist, was dich froh macht, was deine Werte sind, dann sind das Einsichten, die für dich wichtig sind, wenn du eine Entscheidung triffst. Und Entscheidungen gehen ja immer in eine offene Zukunft hinein. Wenn du weißt, ja, da habe ich mich schon sechsmal echt mir selber ein Bein gestellt, weil ich mich überfordert habe. Aber hier an diesem Punkt, das sind Werte, die mir wichtig sind und das ist ja ein ganz wichtiges Kriterium in der Entscheidung, wenn du weißt, ja, mir ist es wichtig, genügend Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Das habe ich in den letzten Jahren sehr intensiv erlebt und von daher richtest du deine Entscheidung auch daran aus. Die Frage ist jetzt, gibt es irgendwelche Hilfsmittel oder Hilfen aus deiner Sicht, damit ich an diese Freudenmomente rankomme, dass ich mich daran erinnere? Denn so wie du das beschreibst, setzt das ja voraus, ich muss mich wirklich erstmal darauf konzentrieren. Ja, das kommt nicht von allein, ja. Ja, aber du kannst dich ja auch konzentrieren, ne? Ja, aber das heißt, da sind wir bei dem Thema, was wir schon öfter hatten, das hat was mit Stille, Rückzug und sich besinnen zu tun, ne? Richtig. Also zum einen jetzt ganz konkret Fragen, die helfen können, sich daran zu erinnern, was hat mir Freude gemacht, sind so wirklich sich mal zu erinnern, was hat mir als Kind eigentlich Freude gemacht? Welche Träume hatte ich? Und was ist aus diesen Freuden im Lauf des Lebens geworden? Oder man kann auch sich fragen, was hat mich eigentlich in den letzten Wochen vital gemacht? Was hat mich aktiviert und inspiriert? Wie hat sich das angefühlt? Also ganz bewusst nach frohen Momenten fragen. Und in der Tat, es braucht diese Zeit, ich sag mal so eine Auszeit oder eine Me-Time, um darüber nachzudenken, um zurückzuschauen auf das, was war. Ja, ich finde, da gibt es ja so, sagen wir mal so, so Schwellenmomente, die dazu einladen. Also wir gehen bald auf den Advent und den Jahreswechsel zu. Das sind ja häufig, ist ja so ein Schwellenmoment, ne? Oder wenn eine Lebensphase zu Ende geht. Oder eben sehr viel kleinteiliger. Es ist einfach eines der, der großen Gamechanger, sag ich mal so, wenn man sich wirklich angewöhnt, am Abend eines Tages auf den zurückliegenden Tag zurückzuschauen. Das können wir gleich nochmal intensiv besprechen. Aber mir liegt eine Frage auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist keine Frage. Das ist ein Erleben, dass man heute darüber nachdenkt, was habe ich eigentlich gestern Vormittag gemacht? Und da muss man lange nachdenken, weil man das nicht gleich hat. Das heißt, wir sind doch so vielen Dingen ausgeliefert, die auf uns einströmen, dass wir das Naheliegende fast schon wieder vergessen. Wie geht dann Erinnern, wenn wir so viele Reize haben, die uns ja verwirrend durcheinander bringen? Ja, das ist natürlich wirklich ein ganz großer Punkt. Wir leben in einer Zeit, in der ganz vieles Schlag auf Schlag auf uns einprasselt. Und man kann weniges, vieles von dem können wir gar nicht gut verdauen und noch weniger wirklich uns aneignen. Also im Bild des Körpers gesprochen, weil dann schon gleich das Nächste daherkommt. Also zwei Punkte. Das eine ist, das habe ich mal gelesen, das fand ich ganz interessant. Warum scheint die Zeit, je älter wir werden, umso schneller vorbeizugehen? Und man weiß gar nicht mehr genau, was man gestern oder vorgestern gemacht hat, weil immer mehr so zur Routine auch wird. Und Routine läuft so nebenbei. Eine Routine ist ja, ich meine, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich, dass ich heute Morgen meine Zähne geputzt habe. Aber ich habe den Moment eigentlich nicht, weil ich das einfach weiß, dass ich das morgens mache. Aber das ist eine Routine, die läuft völlig unbewusst daher. Aber wenn ich wirklich im Augenblick bin, und das ist natürlich eine Haltung, um die man sich eben auch mühen kann, dann kann man sozusagen aus diesen Routinen heraus doch immer wieder auch den einen oder anderen Moment bewusster wahrnehmen. Also was weiß ich, daddel ich auf meinem Handy, wenn ich an der U-Bahn stehe und warte oder nehme ich diesen Augenblick bewusst wahr? Und du wirst dich mehr daran erinnern am Abend eines Tages oder nach einer Woche an diesen Augenblick, wenn du merkst, wenn du da vielleicht in dem Augenblick erfahren hast, ja und da habe ich gesehen, wie dieses Licht auf den U-Bahn-Schacht da einfällt. Und das war irgendwie ganz toll, dieser Sonnenstrahl auf dem Boden. Das hat was mit der Präsenz im Augenblick zu tun und eben mit dem Zurückschauen auf den Tag. Zurückschauen auf den Tag, das hast du eben schon mal angesprochen. Hand aufs Herz, Melanie, machst du das jeden Abend, dass du dir überlegst, was war heute? Ich bemühe mich, es gelingt mir nicht jeden Abend, aber das ist tatsächlich etwas, was mir persönlich seit 30 Jahren ganz, ganz wichtig ist. Und das ist wirklich so, seit 30 Jahren. Lass uns mal kurz daran teilhaben. Was passiert da in deinem Kopf? Gehst du da chronologisch vor? Heute Morgen habe ich mit Andreas einen Podcast produziert, heute Nachmittag war ich beim Zahnarzt und danach habe ich mir was gekauft oder wie geht das vor sich? Naja, also auch besser, wenn ich mich bei der Erinnerung an den Zahnarzt schmerzhaft die Backe verziehe, ist an unser Gespräch, ich schmerzhaft die Backe verziehe. Aber du hast, wir haben jetzt gelernt, du hast es bewältigt und geschafft. Ja, genau. Ja, also ich bemühe mich darum, das jeden Tag zu tun, weil das, so mit dem Gründe des Jesuitenordens gesprochen, die wichtigste Viertelstunde des Tages ist, dass ich mir am Abend gewissermaßen nochmal über die Schulter schaue und zurückschaue. Und wie mache ich es? Ja, ich stelle mich ganz oft ans offene Fenster oder ich gehe in meine Meditationssecke, aber oft stelle ich mich ans offene Fenster. Das Erste ist, ich mache das ja auch bewusst aus meiner Haltung, dass ich ja ein glaubender Mensch bin. Ich versuche mich so, mir zu vergegenwärtigen, dass ich im Licht Gottes stehe, dass ich mir der göttlichen Gegenwart bewusst bin, die mich wie ein Licht durchdringt und umgibt. Das Erste ist also sozusagen, jetzt ein bisschen blöd gesprochen, das Setting. Also wie schaue ich, also in welchem Rahmen? Und diese Bewusstwerdung, dass ich so im Licht der göttlichen Gegenwart jetzt bin, bestärkt mich, dass ich meinen Tag mit einem wohlwollenden Blick Revue passieren lasse. Und das ist gewissermaßen sozusagen eine Tagesschau, die ich am Abend mir gönne. Und als erstes, und ich habe immer drei Punkte, als erstes, nee, ich mache das nicht chronologisch, aber da gibt es ja ganz viele verschiedene Weisen. Das Erste ist aber, ich lasse einfach so sehr assoziativ eher kleine und große Ermutigungen kommen, die mir am Tag, während des Tages entgegengekommen sind, durch Menschen, durch Ereignisse, wo ich irgendwie, was mehr Freude in mir geweckt hat, was Zuversicht und Verbundenheit wachsen ließen. Schöne Überraschungen. Also erst mal so dieser Blick ganz bewusst auf das Positive, auf das Licht, auf das Helle. Oder man kann auch sagen, irgendeine Dichterin hat mal gesagt, Goldkörner oder Goldstaub im Sammeln. So, ich sammle sozusagen den Goldstaub des Tages. Das ist der erste Schritt. Und dann schaue ich, lasse ich so kommen, was waren irgendwie, was hat blockiert, was hat das Leben von anderen oder mir blockiert, eingeschränkt und gemindert. Vielleicht eine ungute Begegnung, vielleicht sehr verworrene Gefühle in mir, die mich gefangen gesetzt haben. Und so lasse ich den Tag einfach so erstmal wahrnehmen. Und dann versuche ich am Ende, also ganz bewusst einzuatmen und auszuatmen und im Einatmen anzunehmen, was war und im Ausatmen loszulassen, was war. Das Gute und das Schöne, die Lasten und die unbeantworteten Fragen. Und mich letztlich so in dem Loslassen dessen, was war, auch mich versuche loszulassen und dem göttlichen Geheimnis anzuvertrauen. Bewertest du dich oder lässt du das, sagen wir mal, wertfrei passieren? Ja. Bewertest du die Situation, bewertest du dich, bewertest du andere? Oder ist diese Tagesschau, so wie du das nennst, wertfrei? Also in meinen Gefühlsreaktionen, die auftauchen, stecken natürlich unmittelbar Wertungen drin, was mich freut, was mich belastet. Also da ist ja sozusagen, die Erinnerungen sind ja mit einer Emotion verbunden und darin natürlich auch mit einer Wertung. Aber also eben mit einer emotionalen Einschätzung und Wertung. Zugleich versuche ich und manches, wo ich dann auch feststelle, ja, das war nicht in Ordnung. Da hat mir jemand wirklich Unrecht getan oder wow, das war wirklich außerordentlich, was mir da widerfahren ist. Da stecken schon auch Wertungen drin, aber ich versuche sozusagen nicht am Ende so eine Plus-Minus-Liste zu machen und zu sagen, sondern alles nochmal loszulassen. Sagen wir mal so. Genau, eigentlich passt das so. Also zum einen ist eine emotionale Wertung drin und zum anderen mache ich mir natürlich auch Gedanken über das eine oder andere in der Rückschau. Aber grundsätzlich geht es eigentlich eher darum, so wahrzunehmen, was ist. Und ja, und auch mit den Bewertungen, die in mir aufsteigen, aber bei Ihnen nicht hängen zu bleiben, sondern Sie nochmal loszulassen. Vielleicht so. In der heutigen Tagesschau wird wahrscheinlich die Podcast-Produktion vorkommen, oder? Ja, ganz sicher. Na gut. Naja, schön, lass sie nochmal Revue passieren. Ja. Melanie, ich danke dir. Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Sonst würde ich dir jetzt ein norddeutsches Tschüss zurufen. Es war wunderbar. Ich danke dir. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss Melanie, mach's gut. So, das war's für heute zum Thema Erinnern, sich erinnern. Und damit ihr es nicht vergesst, erinnere ich euch, wenn ihr Melanie im Gespräch sehen wollt, so könnt ihr dies in der ZDF-Sendung Die letzte Bank, mit der letzten Bank ist die hintere Kirchenbank gemeint. Und ihr findet diese Sendung in einer Suchzeile eurer Suchmaschine. Also ihr müsst nicht zwingend auf ZDF gehen, sondern wenn ihr in der Suchzeile die letzte Bank eingebt, in eurer Suchmaschine, dann werdet ihr auf Melanie stoßen und ihr könnt sie dann sehen, wie sie mit anderen Menschen auf der hinteren Kirchenbank redet, plaudert, seelsorgerlich sich unterhält. Und vergesst bitte nicht, was den Podcast angeht. Wir freuen uns über Kritik, Lob und geklickte Sternchen. Oder wenn ihr Lust habt, schreibt gleich im Anschluss einen kleinen Kommentar zu dieser Episode. Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr auf der Webseite melaniewolfers.de. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, daran erinnere ich euch. Macht es gut, tschüss, bis bald. Hey, hast du Lust auf noch mehr tolle Ideen für mehr Lebensfreude? Für mehr Achtsamkeit, Leben mit Kindern, Persönlichkeitsentwicklung, Bewegung und gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, glückliche Beziehung, Gelassenheit und Fröhlichkeit? Hör mal rein in meinen Podcast Einfach ganz Leben. Ich bin Jutta Rebrock und spreche alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner und entspannter und zugleich spannender und intensiver macht. Jens Korsen, Stefanie Stahl, Pater Anselm Grün, Franziska Rubin, René Träder, Sabine Askordom oder Veit Lindau sind nur einige meiner vielen inspirierenden Gäste. Einfach ganz Leben. Hier geht's um dich. Du findest mich auf einfachgansleben.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf dich.